Fantastisch! Fantastisch! Fächer! Fantastisch! Fantastisch! Absolut fantastisch! Wir haben den Kahn zum Laufen bekommen. Fantastisch! 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 Was heißt jetzt, was er alles macht, gell? Fantastisch! Fantastisch! Ah! Wen sehe ich da? Das sagt sich Tommy! Wie geht's dir? Alles klar. Fantastisch! Fantastisch! Und noch etwas findet Peter fantastisch. Peter ist waschechter Manta-Fan. Mann, ist das ein geiles Auto. Das ist ein Manta! Unser Peter, jetzt geht's rund. Wahre Opel-Liebe rostet nicht. Nach zehn Jahren setzt sich Peter das erste Mal wieder an das Steuer eines Autos. Ah! Klasse Korvenpalten!